Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Audio-Irgendwatt. Das Thema ist mein Problem mit Altes Live Servern und ihr könnt mich dabei beobachten, wie ich nebenbei so eine Runde Battle Royale spielt auf Stratis. Kommen wir gleich zu Punkt 1. Die unglaubliche Überflutung von Servern bei Altes Live. Es gibt mittlerweile so dermaßen viele Server, dass der Server-Browser einfach überschwemmt wird und nur auf wenigen davon kann man wirklich spielen, weil da genug Leute drauf sind. Ja, dann ist natürlich nächster Punkt die Auswahl des Servers, auf dem man spielen möchte, weil man spielt ja nicht auf allen Servern gleichzeitig bei Altes Live, weil macht irgendwie keinen Sinn. Deshalb die Auswahl, darauf kommt es ja an die Serverleistung. Auf jeden Fall, weil ich habe mich für einen Server entschieden gehabt, auf dem ich als Polizist spiele. Das ist eben so, das ist halt meiner Meinung nach einer der besten Server vom RP her, also vom Ballplaying und von der Ausgewogenheit der Polizei gegenüber Zivilisten und auf dem Server gibt es auch noch einen Widerstand. Das sind halt Opferkräfte, die, ja, muss ich nicht erklären. Und demnach ist halt meiner Meinung nach allein schon wegen dem RP, weil da allein von den Serverregeln so dermaßen drauf geachtet wird, ist das für mich einer der besten Server. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, die Serverleistung ist extrem schlecht. Also, da diest alles hin und her. Es gibt Abstürze an dauernd. Es gibt fünf Hives, muss ich mal ganz kurz sagen. Ich weiß nicht, ob das daran auch irgendwie geht. Also, man hat auf allen fünf Servern das gleiche Inventar. Je 75 Slots hat ein Server. Das heißt, das sind auch verdammt viele Spieler. Die sind aber auch immer voll. Was natürlich auch begründet, warum die Serverleistung vielleicht ein bisschen down ist. Aber andere Server kriegen es auch hin, was mich natürlich ein bisschen wundert. So, dann, was ich gerade schon mal gesagt habe, die Ausgewogenheit der Polizei und der Zivilisten und was es sonst noch auf den ganzen Servern gibt. Ich konnte es auf vielen Servern beobachten, dass die einfache Mleads in Kavala, die meistens nur mit Trollern zu tun hat, sind schwer bewaffnet, haben Scharztützengewehre, Raketenwerfer auf dem Rücken, fahren dann mit ihren fetten Huntern, also in-game heißen die Hunter, in Wirklichkeit sind das ja die Dingos, oder ihren Fenyx eben, fahren die einfach nur durch Kavala durch und hauen jeden Zivilisten weg. Und als Zivilist hat man dann noch nicht mal eine Chance dagegen, irgendwie annähernd anzukommen. Man kann ihm die Reifen verschießen, fertig. Ansonsten kann man vielleicht mit seinem Quad reinfahren, dass er explodiert oder so. Aber das ist natürlich auch gegen die Serverregel und da wird man direkt gebannt, wenn man sowas macht. Auf meinem Server ist es eben so, auf dem ich mich angesiedelt habe. Man startet, man kann, also es gibt vier Slots pro Server, das sind Praktikantenslots, da kann jeder drauf joinen. Die sind meistens aber auch voll, weil der Server einfach komplett voll ist und jeder möchte natürlich als Polizist spielen. Die haben halt keine Bewaffnung, es sei denn irgendwelchen Sondereinsätzen oder so. Aber eben diese keine Bewaffnung macht sie zwar zu, also sie sind zwar Gesetzeshüter, sind aber nicht besonders aussagekräftig. Was ich eigentlich auch gut finde ist, dann ein Praktikant muss immer in Begleitung eines Wachtmeisters oder noch höher sein. Was halt ist, dass halt der andere noch eine Waffe hat. Aber ein Wachtmeister darf auch maximal ein Taser-Wifel haben, also ein Taser-Gewehr. Was auch bedeutet, dass das extremst ausgewogen ist, sag ich mal. Und zum Beispiel Drogendealer darf man auf dem Server nur zu viel Mann sein und einer muss davon SEK-Beamter sein und sowas. Was es halt auf anderen Servern nicht gibt, da geht man halt mit zwei Leuten, fliegt man schnell mit dem Helikopter hin und fertig. Und das ist halt, da hat man als Typ, als normaler Zivilist eigentlich gar keine Chance, irgendwie gegen die Polizeimacht anzukommen. Da man dann maximal vielleicht eine Katiba oder sowas hat, was, ja, ist nicht viel, ne. Und, ja, dann Server-Eigeninitiative ist der nächste Punkt, wo man bei der Serverüberflutung weiß. Es gibt halt vielleicht, ich sag mal, 20, 30 gute Server, also wirklich gute Server. Ähm, und der Rest an Servern, der leer ist, ähm, die Admins davon beschweren sich immer, wenn sie da zu zweit drauf spielen, die beiden Admins, dann, ähm, dass ihre Server so schlecht sind und so, ähm, dass da keiner rauf will, dass das meistens auch die falsche Zeit ist, wo man gerade drauf ist, dass da halt niemand einfach drauf spielt. Ähm, das Problem ist aber auch halt die Eigeninitiative der Server-Admins, weil man muss eben etwas Eigenes bringen, etwas Gutes und wenn man einfach nur das kopiert von dem, was schon da ist, ist logisch, dass die Leute auf den Server gehen, der schon bereits da ist, weil sie den bereits länger kennen. Und, ähm, man sieht auch daran, dass halt neue Server sind eigentlich schlechter, sag ich. Also, man sollte nicht alle über einen Kamm stellen, aber generell sind neue Servers schlechter, da sie sich, ähm, maximal zwar an anderen orientieren können, aber noch nicht aus der, aus der eigenen Erfahrung selber berichten können, was natürlich schlecht ist. Ähm, dann, der Wunsch nach Spielern auf den Servern hatte ich ja gerade schon angesprochen, ähm, die Admins wollen natürlich, dass Leute auf ihren Servern spielen, aber was tun sie dafür? Ähm, wie gesagt, sie zeigen meist keine Eigeninitiative, indem sie was Neues bringen oder was Eigenes eben und dann sagen sie sowas von wegen, ähm, ja, der Sarraza, der spielt doch in meinem Livestream. Was macht man da? Kann man den auf einen Zwei-Mann-Server einladen? Also, meiner Meinung eigentlich nicht. Und, ähm, nächster Punkt, was natürlich auch noch schlecht ist, auf dem Server, wo ich dann sehe, ähm, wo draufsteht, das ist eine ewig lange Beschreibung, da steht auch aktive Admins und so, und dann sind da null Leute drauf. Was soll ich davon halten? Glaubt ihr, also die Administratoren von diesem Server, dass ich diesen Server join werde, wenn da steht aktive Admins und es ist einfach keiner auf dem Server? Ich meine, ich join ihn nicht, das kann ich euch sagen. Und dann, wo ich schon bei den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Stars sind aus dem Internet, so wie Gronkh, Sarraza, Pete's Meets, Moonlight 7 oder so, ähm, ähm, diese Leute promoten natürlich die Server, wenn sie drauf spielen und das dann halt auch veröffentlichen, dass sie da drauf spielen. Ähm, was natürlich ist, sie joinen keine Server, die halt leer sind. Was natürlich den, ähm, Server-Admins gefällt das jetzt nicht so besonders, aber ich meine, was soll man da machen? Ähm, also die, so Gronkh, Sarraza, blabla sind natürlich nur auf den großen Servern, wo auch was passiert. Ich meine, man muss auf keinen Server, wo man dann alleine drauf ist und sich langweilt, das ist einfach kacke. Und auch wenn es ein neuer Server irgendwie ist, wo keiner drauf ist, spiele ich persönlich doch lieber auf einem, wo Leute auch wirklich drauf spielen und vor allem, wo auch auf Roleplaying geachtet wird, weil, ähm, Roleplaying ist eben einer der größten Aspekte in Altes Live, weil es ist halt ERP und wenn man nicht auf Roleplaying achtet, dann soll man es bitte lassen. Ähm, und dann kommen wir noch zum weiteren Punkt mit Stars. Ähm, sie werden bevorzugt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also ich möchte mir selber da jetzt nicht sagen, oh mein Gott, die werden bevorzugt. Aber, ähm, viele Leute habe ich da schon mitbekommen, die beschweren sich richtig, wenn die im TS sind, dann flamen die richtig. Und, ähm, meiner Meinung nach, sie haben, wenn Leute ihnen was schenken möchten, dann ist das so. Dann dürfen, darf denen auch was geschenkt werden. Aber, ähm, man muss es ja nicht. Also wenn man selber nicht will, also wenn man selber ihnen nichts schenken will, dann muss man ihnen halt nicht schenken. Und das ist halt unnötig, sich, finde ich, auch darüber aufzuregen. Weil das Aufregen, das macht ja die ganze Aktion erst, ähm, ich sag mal, sehenswerter, dass man sich eben darüber aufregt. Und, ähm, oh, Entschuldigung, gegen das Mikro gehauen. Ähm, das ist halt unnötig, wenn man sich, äh, wenn man sich darüber aufregt, dass andere Leute Sachen den größeren Leuten geben. Nur damit man sich halt aufregen kann, weil, ähm, man kann sich auch über genug andere Sachen aufregen, die toll sind. Oder halt auch nicht toll. Aber, ähm, ich glaube, jetzt komme ich dann auch schon langsam zum Schlusswort. Ähm, was mich, was ich nochmal zum Thema RP sagen möchte. Wenn du, ja genau, du hinter dem Bildschirm jetzt gerade, ähm, einfach nur in Arma 3D gekauft hast, um ein bisschen zu ballern oder so, Casual Game, dann bist du, glaube ich, im falschen Spiel drin. Ähm, es gibt zwar viele schöne, äh, Spiele-Modi, die einfach nur aufs PvP abzielen oder einfach nur irgendwo in Ecke sitzen und mit einer Sniper AI abschießen. Ähm, wenn du da spielen willst, spiel das, aber, ähm, komm nicht auf ein altes Live-Server, der mit RP ist oder auf andere Missionen, wo halt RP gefragt ist. Nur, um da rumzuballern. Dann spiel lieber dein Spiel, was du da hast. Spiel Battlefield, Counter-Strike, also ich möchte das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Oder sagen, dass das halt schlechte Spiele sind. Ich spiele selber auf Battlefield. Aber, ähm, Arma ist halt, ich finde meiner Meinung nach auf jeden Fall RP und wenn man sich nicht an RP halten möchte, dann soll man es bitte nicht spielen. Auf jeden Fall nicht auf Main-Server. Ähm, und dann noch zum weiteren Punkt, was ich auch nicht gerne sehe, dass halt Leute trollen, weil, ja, wer möchte Troller haben? Ähm, Troller sind auf jedem Server unnötig. Sie erfordern eine Menge Arbeit. Da man sie andauernd rausschmeißt oder sonst was, weil sie einem einfach nur auf den Geist gehen. Ähm, zum Beispiel, als es live natürlich, es gibt Server, da sind fünf Leute drauf und alle fünf Troller, weil die einfach nur mit Autos ineinander fahren. Aber auch auf großen Servern, zum Beispiel, wo ich spiele, ähm, in Kavala stehen zehn Leute, sind mindestens zehn Leute auf dem Server, die nur trollen. Die holen sich einen Quad und fahren in ein Polizeiauto rein, damit einfach alles explodiert. Und dann frage ich mich im Nachhinein, was haben diese Leute davon? Ich meine, sie haben natürlich der Polizei jetzt, sag ich mal, Schaden zugefügt, aber, ähm, es ist jetzt nicht so, dass es heißt, von wegen, ähm, jetzt, oh mein Gott, er ist mit einem Quad an uns reingerannt. Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören zu spielen oder so, dass er, äh, ich weiß nicht, woher er die Motivation nimmt, einfach nur Scheiße zu bauen auf dem Server. Aber ich meine, es ist ein, sag ich mal, ein schmaler Grat zwischen Spaß und, ähm, ja, und Trollen, aber, ja, weiß ich nicht. Also das war jetzt von meiner Seite aus das, was ich dazu sagen wollte und ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem, was ihr so tut. Und. Ja.